Ja, hallo aus Berlin, aus meinem Büro. Sitzungswoche geht langsam zu Ende. Es war wie immer anstrengend, weil Haushaltswochen, zweimal Haushaltsausschusssitzung. Und es gab auch viel Besuch. Besuch kam aus Hirscheit, Frank Seuling. Wir haben uns hier in Berlin das TUMO-Zentrum angeguckt. Könnt ihr googeln, ganz spannend. Hätten wir auch gerne in Hirscheit so eine Einrichtung. Mein Freund Jonas Merzbacher war da. Der hat hier einen Vortrag gehalten am Bauministerium. Ihr wisst ja, Gundelsheim macht hervorragende Städtebauprogramme und Projekte. Darüber durft ihr hier reden. Ja, und dann habe ich zufällig im Hotel jemanden getroffen, der für das THW in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zuständig ist. Der kommt nämlich aus Forchheim, Sebastian Gold. Wir haben uns dann auch am nächsten Tag nochmal beim THW getroffen. Die waren auch im Bundestag ganz kräftig aktiv. Und da gab es einen guten und auch entspannenden Austausch. Ansonsten viele, viele Gespräche am Rande der Haushaltsberatung. Es gibt viel zu tun. Ja, in diesem Sinne geht es kurz nach Hause, Koffer wechseln, weil nächste Woche bin ich wieder in Berlin. Schönes Wochenende.